Musik Hier stehe ich, das ist eine Aktion, die soll nicht heldisch klingen. Es geht nicht darum, dass wir alle kleine Helden werden, alle kleine Luthers werden. Wohl aber manchmal nur in der Familie, manchmal nur in der Freundschaft, nur in der Beziehung, in der Ehe, sagen, hierfür stehe ich und darauf kannst du dich verlassen. Also wir wollen gerne das deutlich machen, um auch die Möglichkeit zu geben, dass man sich bei ihnen mal bedankt. Wenn man sie ins Licht drückt, nicht um, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, was sind wir nur für tolle Helden, sondern dass diejenigen, die davon etwas haben, denen es gut geht damit, dass die auch mal sagen können, Gott sei Dank und Dankeschön, dass es dich gibt. Das wollen wir erreichen. Das wollen wir machen.